Ich bin wieder bei einer Resident Schauen Was war das mal? Fickt So, jetzt Juhu Da haben wir gespeichert gestern Es war so Teile haben wir schon Wir müssen da Und so Wir haben eine Wassermühle Munition ist auch schon knapp Den Schlüssel brauchen wir nicht Weiß nicht Ich glaube den Ja da schaut gut aus, jawoll Okay Okay Das Mieße kommt mir eigentlich schon aus Oder So Und einer Wieso können wir es auch nicht machen Bittrig Bittrig Oh das ist ja Wasser Ralsch Oh Schleim Schleim So Schauen wir mal da auf Schleifel Darüben ist der Eingang Unten ist auch was Ich glaube Da kommen wir nicht rein Da kommen wir rein Kartoschenlampen, gar nichts Können wir da aufmachen? Zuerfe Zuerfe Schießpulver Nehmen wir mit Nehmen wir viel Munition da Das können wir rufen Das können wir rufen Ein paar Händel Und Nuggets Ein paar Nuggets Ein paar Händel Ein paar Händel Oh Was knackst? Wo haben wir nun? Jawohl Pistolen Munition Und ein Pistolen Munition Haben wir eher wie alles Sooo Nicht verwendet werden Nur brauchen wir irgendein Rahl Das haben wir noch nicht Schlecht Ja Da kommen wir hin Ja Knopf Ja 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 Eine rustige Riste Und auf Ja Oh Oh, hier kommt der Massaker, der hat ja Hunger gehabt Und das ist ja Da kommt man noch nicht in In dem Dumm geht es auch nicht Wollen wir, ob wir Munition herstellen können? Nein. Immerhin ein Snapper. Das ist nix. Da geht es weiter runter zu den Wassermühlen. Wir sehen schlemmige Substanz nicht sehr stabil aus. Da geht es nix. Lieber. Hochglättern. Oberschwendel. Da brauchen wir wieder das Tool. Das müsste so eine Zahnreise. Ein Labor. Ja. Nix. Okay, da haben wir wieder so ein Spiel. Ganz interessant. Foto eines seltenen Tiers. Schwendel ist doch kein seltenes Tier. Schau. Schau. Okay. oder das rechts da hinten. was steht denn da dabei? ein foto schneeweißen schweiz aufzug zum stausee schatten land oder stausee dahinten ah ok jetzt mal verschiedene sachen für diese haben wir keine munition so blind schau mal Schauen wir mal. Schaut da, das habe ich schön. Wahnsinn. Schau mal. So. So, Leder, dann schauen wir mal, oder? Wenn ich die machen. Munitionen haben wir auch so wenig Wahnsinn Ja, da ist der Aufzug Ganz oben Okay, jetzt einfach obi Obi, 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 obi Oh, oh Hello Um in Frieden Jetzt blinkt Blöd, dass wir die Munition nicht so verbrauchen Um in Frieden Um in Frieden Gibt's eh nicht weiter Doch Und an der anderen Seite verschlossen Wo kommt man denn da noch? Ja Und mal anerlaufen Ja, da ist eine Neu1 Die Mö2 Das ist ja die Mö2 Wir haben einen Drittel Durch gehts schneller. Falko-Rolle. M-Mutter Miranda, ich würde alles, alles für dich tun. What? Ich nehme das mal. Halt, was machst du mit Mutters geliebten Kind? Sie ist nicht ihr Kind. Hm? Mehr hast du nicht zu sagen? Was meinst du mit ihr geliebtes Kind? Mutter will ihr Kind zurück. Verarsch mich nicht. Warte, warte, bitte, wenn du das nimmst, lachen die anderen über mich. Aber wenn ich mich besser schlage, als die... Wen interessiert's? Warte, noch ein bisschen, bitte. Das ist so lustig. Du bist dumm. Du redest zu viel. Das war's. Der Eingang ist... Das ist mein Revier und ich lass dich nicht gehen. Psycho. Psycho. Oh, da ist jetzt offen Und der Pistole, Munition, ja man Nachladend Die zerbreche ich, die Mühe nicht da drauf schiessen, Munition, ja Leih, leih, leih Aber leih, leih, leih Gehen wir den Zug Anna Anna, warte, nun, jetzt, zwar Zwa Double Kill Mit dem Sniper, ja man Ist es mein Liebling Zerbrechen 20 Munition, ja Ja, ich würde immer besser Gefreien, über jede Munition Bootsschlüssel Hör, wo wir schießen Eigentlich kunst du umfallen Hör, sauer Bist denn du auch schon wieder sowas Oh, wie ne gelehrt Oh, mal, Leute, wenn zu Das ist so stressig Oh, mal, Leute, wenn zu Da bin ich ja gar nicht mehr Oh, da bin ich ja gar nicht mehr Oh, da bin ich ja schon wieder Rostige Reste So, fünf Schuss haben wir noch Fünf Schuss Bootsschlüssel Machen wir mal hier Blinden Munition, okay Pistolen Grat Mehr ist Oder nicht mehr Mehr ist Oder nicht mehr Das ist Okay, von da sind wir kommen Von da Da ist eh nix mehr Schauen wir mal Ob wir noch mal zurück Können War interessant Schauen wir jetzt was Genau, das haben wir Offe Und kommen wir aus Ich hab genau da Du war mal Wir werden ja mit Platzmatronen schießen Scharfschützen Munition Ah nix schlecht Weiß nix Seien wir gleich auf vier So, da ist auch kein Safe Sei so gut und bring den Bootsschlüssel zurück in die Hütte In der Mine Hans ist tot Also ist erst mal Schluss mit Fischfang Ich mein Wir müssen wissen doch alle Dass seinem Tod Kein Unfall war Er wurde samt Boot Von einem riesigen Fisch Gefressen Das wird der umge Ja, ja, ja Genau Lieber da um Als wir da rein Aber wir müssen ins Boot Wir müssen auch Kisten Gucken wir da rum Schauen wir mal ins Boot Bootsschlüssel Wieder ein Tropft Angespuckt Boot fahren Boot fahren Boot fahren Boot fahren Aber da kommen wir nicht um Oh, da kommen wir nicht um Okay, da ist der Stadion Was war das? Ein Riesenfisch Ein Riesenfisch Ein Riesenfisch Hallo? Was ist das denn? In der Forschungsstation Was läuft hier für ein kranker Scheiß? Halt still, verdammt Ethan Hallo Hätte nicht gedacht, dass du es so weit schaffst Wäre doch schade, wenn dir jetzt was zustiessen Ja, wirklich So schade Wie bei mir? Na los doch, bring's zu Ende Ich brauche Munition Die Bewegungssensoren schlagen Alarm Wir sollten weiter Die Sensoren? Wo genau? Unbekannt Schätze mal, wir waren zu lange hier Und Miranda weiß es Hey, hey Sagtest du Miranda? Was wisst ihr noch? Vergiss es, Ethan Das ist eine Nummer zu groß für dich Was hat die Probe ergeben? Ist definitiv mit dem Pilz verwandt Ja Du hältst dich aus der Sache raus Welche Sache? Schau Boah Was ist das? Schau Was ist das? der ausgang ist geflutet keine chance ich habe keine zeit für dich hat sie dich geschenkt um mich aufzuhalten ich gehöre an ihre seite was ist los mit ihr braucht für einen händler warum warum rücker Unser Seufreund. Ja, wo ist es weg? Wo ist es weg? Geflutet, hat er gesagt. Gatehouse. Okay, das ist zu gut. Auf für den Schmetter. Bleibt nicht. Bleibt nicht, bleibt nicht. Strom. Ist das kleine Pult, oder? In Betriebsanweisung Stau sieht Pferdner aus. Starkregen kann den hiesigen Wasserlebewesen schaden zur Vorkehr. Sollte da auf folgende Weise überschüssiges Wasser aus dem Becken abgelassen werden, setzen sie die Windmühlen mit einer Kurbel in Gang, das Pferdenhaus mit Strom zu versorgen. Bedienen sie den Hebel im Pferdenhaus, das Schleusendur zu öffnen. Das heißt, wir müssen zurück zur Windmühle. Spätze. Ich habe gerade aufgestoppt. Funktion nicht so der, war das Pro. Pro Kugel. Pro Kugel. Wahnsinn. So, Kristallfragment können wir verkaufen. Kristallfragment können wir verkaufen. Sehr wertvoll können wir verkaufen. Als könnte mit zwei Fassungen die loswerden. Na, muss ich mal 19.000 wieder. Heißt zu leben. Ich weiß nicht, dass dich das interessieren würde. Pffa, na. Futsu. Schöne. Guten Tag. Jawohl, wie der Scheiß hat. Chemikalie. Ich glaube, die Kurbel macht es nicht mehr lang. Schon ewig alt und entsprechend ramponiert. Falls sie bricht, geh rüber und hol die von Windmühle 2. Das ist der einzige Ersatz, den wir haben. Double Nuggets. Christallfragment. Ich glaube, das wird stattdtt. Kuss 받고 nichts mehr. Ich komme nicht mehr damit, ich schr recruitmentier. Oh, das ist korrig, das habe ich zu. Ach. Na und da brauchen wir das wieder. Wohne Kurbel funktioniert da nicht? Ist klar. Schau mal rüber. Hol' ich mal ein Element. Ja, ein schönen Nachmittag. Alles gut bei dir. Oh, was ist in einem Windmilieu? Da macht man Mehl. Haben wir da Mais. Da muss irgendwo die Kurbel sein. Kurbel, Kurbel, Kurbel. Näher am PC. Okay, da will ich fast nicht weiter sitzen. Ist der Fisch? Wir müssen da ohne zu zweiten. Mühle. Schau mal. Jawohl. Die Munition ist so wichtig da. Ja. Sieht zerbrechlich aus. Ja. Oh, jetzt brauchen wir eine gescheite Hange und hol' ich mal raus. Schau mal raus. Nein. Ich empfehlen es dazu. Ja, auf jeden Fall. Ist ganz cool. Aber die Spielzeit mit 15 Stunden ist ein wenig wenig. Schau mal rauskommt, kommt mir vor. So, jetzt haben wir gestorben wegen dem Fisch. Warum? War's mal nicht. Aber wegen der Geschichte muss man halt das Resident Evil 7 gespielt haben. Das ist der zweite Teil, ich hab's gesehen. Und da haben wir auch nix. Wohl Pistolen, Munition. Dann schauen wir noch mal zu dem Fisch. Drei Finger haben wir nur mehr. Wo was ist? Flürg. 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 Also Colombia. Ich kümmere den Schlammer. Oder wieder zurück? Das möchtest du nicht sofort an. Ah ja. Boah, das ist lieb. Kleiner Jumpy. Okay, vielleicht müssen wir warten, bis er wieder da drüben ist und dann rennen wir mal um. Probieren wir es so. Warte, der ist rotiert. Verlauf. Schneller. Ja, jetzt ist er da. Wieder oben. Ja. Das war schon richtig. Und das ist hier gleich da. Let's love. Le. Le. Irgendein Strom. Oh. Widerlich. Der Druck, mein Gott. Na, kannst du den auch unterhin wurschen? Das ist wirklich schon langsam weiss. Oh, oh. Oh. Das ist perfekt. Ja, du kommst, du kommst, du kommst, du kommst. Gucken wir mal alles schnell. Und schon hier hin. Ja da. Oh, ich geh auch mal da. Oh, 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 oh. Perfekt. Wo ist das Fisch jetzt? Ne, der Omega kommt's wahrscheinlich. Boah, jo. Oh, I wasn't. Oh, oh, oh. Ufff So, noch abwarten Gab jetzt Lachen mal da, eh 14 schuss 14 schrot 4 aaaah net yavaz yöo çant gel oturuyo bura mıymıyosun mu burda 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 leh 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 oh 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 was für ein fang oh oh sieht ja da cool aus ich muss hier weg oh nur mehr schrot aha alles klar mir kommt die Schütze so wenig vor wenn wir jetzt so einen Bus haben ich gucke die auch ich gucke die Bremse wird so ich gucke die Bremse oder und ich gucke die Bremse in der Probieren wir es gerne aus. Das ist ein Föcker. Oh. Oh. I'm the cool little bit. Oh. Oh. Oh, I'm going to go. The Gubble is not going to go. I'm going to go. Ah Ah Oh, doch Ein Späckchen. Oh, ja. Tschüsses. Fühlt es nicht wahr. Dass dich das interessieren. Bis nächstes Mal. Ein Glück, dass du kommst. Mir war gerade langweilig. Fertig? Hast du auch nichts vergessen? Fertig? Schwarz. 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 Ist das blau? Blau 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 blau. Bis dies zu weiss. Fluten. Fluten denn. Ok, jetzt los was aus. Aber doch, vielleicht spülen wir's weg, das Viech. Ja. Cool. Tja, dann spielen wir noch weiter. Danke fürs Zuschauen und dann später. Ciao.